Touristikbüro Berlin. Ich möchte alle Touristen hier recht herzlich begrüßen. Eine kleine Einführung in diese Stadt. Wir haben hier zwei Highways to Hell im Bau in Berlin. Den BER, den Flughafen, der nicht fertig wird, aber Milliarden Gelder verschwingt. Wir haben die A100. Für über 500 Millionen soll hier Deutschlands teuerstes Stück Autobahn gebaut werden. Ich begrüße Sie als Touristen hier in Berlin auf den Highways to Hell.